So, grüße ich erstmal alle zusammen. Hier nochmal meine Casino-WhatsApp-Gruppe. Hier könnt ihr mich auch persönlich ansprechen, wenn ihr Fragen habt zu dem Spielen oder wo ich spiele oder mit mir persönlich ein bisschen plaudern wollt, könnt ihr gerne hier reinschauen in dieser WhatsApp-Gruppe. Der Link wird unter dem Video gepostet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Tschüssi. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und jetzt geht es heute los in Sachen Nightfall. Wir drehen heute mal ein paar Runden hier in dem Spiel. Nightfall für 20 Cent Einsatz kostet die ganze Schose 23,20 Euro. Ist schon fast ein Sonderangebot, aber nur fast. Und da schauen wir mal nach. Also wie gesagt, mein absolutes Lieblingsspiel. Also auf, ich würde mal sagen, auf gleicher Ebene mit Fatbanker momentan. Von der Gewinnausschüttung her. Sehr interessantes Spiel. Ja, wie gesagt, sieht hässlich aus von der Oberfläche her. Und vom Ablauf auch Geräusche und so weiter. Töne in dem Spiel recht langweilig. Aber wenn da mal scheppert, dann kann es richtig zur Sache gehen. Also durchaus in dem Spiel auch möglich, ein paar tausend Euro zu gewinnen. Auf 20 Cent Einsatz. Da hat er schon sofort an reingeknallt. Boah, Hammer. Tja, Leute, da werde ich wohl gleiche Schicht machen. Oder ich weiß nicht, ob ich da noch weitermachen soll. Hat mir schön an reingeknallt. Erstens Grunde haben wir ihn nie gehabt. Heftig. Hundertzehn, ey, Hammer. Mal gucken, vielleicht setzt er noch nach. Aber ich glaube nicht mehr. Ja, ich habe mich jetzt schon überlegt, aber es ist doch ein bisschen zu dünn. Jetzt aufzuhören. Aber er war im Grunde um 80 vorne, aber es ist ein bisschen dünn. Aber ein schöner Start. Nach den Freespins. Geht weiter. Mal schauen, was er jetzt aufmacht. Ja, ich hoffe, der eine oder andere wird auch Glück gehabt haben. War in der Spielothek jetzt vor einigen Tagen mal wieder. Und da ist nichts gelaufen in der Form. Keine Gewinner. Da sieht es hier in Sachen Online schon besser aus bei mir. Oh, da sind wir schon zwei Monate aufgemacht hinten. Der wird schon mal weggemacht. Ein Glück. Ja, drei Flankkugeln. Also hier, fünfmal Multiplikator ist natürlich interessant. Er hätte natürlich auch nach rechts setzen können. Und der ist, glaube ich, auch in der Lage, bis 14 Mal Multiplikator da irgendwie rein zu kloppen. Aber da hätte ich mir gar nichts gemacht. Drei Feuerbälle und dann zerplatzt das Symbol. So wie jetzt die 100, die zieht er noch weg. Oh. Schade, war die letzte Runde, ne? Ja. Ja, so sieht es aus. Also von der Grafik her sehr primitiv gemacht. Aber doch von meiner Seite her am Anfang sehr ein sehr unterschätztes Spiel. Finde ich in Sachen Gewinner. Wie ich da mal gesehen habe, dass man da auch ein paar tausend Euro gewinnen kann auf 20 Cent. Ist also durchaus möglich in dem Spiel. Wie ein Fedbanker. So, dann machen wir mal weiter. Die 100 hat er da auch schon reingehauen. Ja, dann kommen wir gleich mal direkt nach. So, dann haben wir wieder 100 im Spiel. Erste Niete, zweite Niete, dritte Niete. Oh, das ist ein bisschen eklig. Vierte Niete habe ich noch nicht gehabt. Dann kackt er dann die drei frei. Ja, vielleicht hätte ich doch besser frei machen sollen nach dem Gewinn. Komm mal zwei, ja, uninteressant. Die Runde sind auch schon leicht angebröselt, aber ist vorbei. Da gehen wir noch mal weiter ins Detail rein. Aber ich liebe dieses Spiel einfach. Es ist einfach nur nice. Wie gesagt, der eine oder andere, der es nicht kennt, das Spiel heißt Nightfall. Wenn ihr wissen wollt, wo ich spiele, schaut gerne mal in meiner WhatsApp-Kruppe nach. Da kriegt ihr nähere Infos. Aber wo ich spiele, kein Thema. Könnt ihr mich auch persönlich ansprechen. In meiner WhatsApp-Kruppe. Der Link wird unter dem Video gepostet. Oh, der ist aber wieder da stehen, ne? Letzter Runde. Der ist ja heute mal weg. Schade. Ende aus. Nun gut. Gut, da geht es jetzt mal weiter. 50 hat er aufgemacht. Nichts Besonderes. Aber wie gesagt, auch ganz entscheidend hier im Spiel ist der Multiplikator, der natürlich auch mal 12 sein kann auf die 50 oder wie auch immer. Oder mal 18. Der kann bestialisch hochgehen. So, aber die Runde ist, glaube ich, auch schon halb gegessen. Joachim. Wow. No. irgendwas. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich sage immer eins, man muss echt vorsichtig sein, wenn man schnelle Gewinne macht im Online-Casino, da sollte man eine Möglichkeit eigentlich schon, die würde man sagen zu 100% Kasse machen, weil da ist man nämlich auch gefahren, meistens danach geht es sehr stark back up. Normalerweise mache ich immer zwischen 100 und 150 Euro direkt Feierabend. Wenn ich die ersten 3-4 Runden schon habe oder gewinne, dann höre ich dann direkt auf. So Und So, da habe ich gerade den Einsatz mal rausgekriegt. Okay, das ist immer interessant da hinten in der Ecke. Keine Ahnung, wie oft der da noch nachschließt. Ja, kleines Gemüse. Nichts großes im Sortiment. Ja, da habe ich mal zwei, deine Mitte überlaufen tut gar nicht. Und Der 15 bleibt noch stehen, ist noch im Rennen. Ja, das ist natürlich noch weggehauen. Ja, das ist nur der Schmuck am Nachthemd. Nicht viel gelaufen. Ne. Rechten. Schade. Oh, 30er, 20er. Ja, da könnte ich aber was rauskötteln. 3-0, 30er ist schon mal gleich weg. Oh, 30er ist schon mal weggehauen. Einen noch. Oh, ein bisschen dünn. Hammer. Dann hat alles stehen lassen die ganze Batterie, nicht zu glauben. Ja, hätte ich mal am Anfang aufgehört, bitte gewinnen. Ist schon mal eigentlich gereicht. Aber man sieht es im Nachhinein immer dann ganz anders. Und haut da lieber nichts weg, soll die haut er weg, aber ist natürlich dünn. Da kommen wir noch. Ups nochmal. Kann aber die Nummer, die 50 kennen theoretisch, nochmal wegknallen oben. Die ist ja schon am Brücken. Macht aber nichts. Nicht viel gelaufen. 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 Nein weh. Nicht viel gelaufen. Oh, wir zählen noch mal wieder zwischendurch. Oh, schön 200er mit dem Spiel, der ist immer lecker. Da kann es natürlich sehr interessant werden. Oh, die Notte schon mal weg, schön. Ist natürlich schon gut Kohle wieder weggezogen. Der hat weggeknallt. Ich habe die 40 Eier oben drauf. Ja, hat doch nicht mehr so geöffnet. Dann drehen wir noch ein paar Röntgen her. Der ist ja ein 200er drin. Er hätte mal nach links setzen müssen mit x5. Oh ne. Alles noch offen. Aber die 200 sind immer mehr eingetestet. Ich werde das in der nächsten Runde machen, sonst ist er das eigentlich. Ja. Ne, so wie es aussieht bleiben, die stehen. Das hat einfach aber leider gewirscht, aber naja. Das ist noch 50 drin im Spiel. Und. Aha. Das ist ein bisschen eng. Nein. 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 Ich habe aber stehen lassen. So. Oh. Tja Leute. Jetzt ein, zwei Ründchen und dann ist es vorbei. Steine Einsicht. War vorne gewesen. Konnte mit dem Gewinn leider Gottes nicht richtig umgehen. Und habe den aufs Spiel gesetzt. Und war jetzt nicht so viel. Ich glaube 90 Euro oder so, die ich da gewonnen hätte. Kleiner Tipp von mir. Wenn ihr am Anfang gewinnen solltet, macht sofort Kasse. So. So. Ich weiß nicht was genau. Das sind immer fast die gleichen Läufe dann. Deswegen sollte man da echt vorsichtig sein. Und dann lässt er auch natürlich links stehen. Eine Runde will ich danach noch drehen. Das ist wieder ein bisschen eng mit meiner Aufnahmezeit. Oh. Der noch da glaube ich weg. Bam. Jawoll. Oh. Ich dachte mir nochmal zurück geschossen. Schön. Nee. Schlecht. Hammer. Schön. Wir sind nochmal nachgerotzt. Schlecht. Letzte Runde noch. Schade. Schade. Wie gesagt. Das Spiel heißt Nightfall. Die, die es noch nicht kennen. Und lasst euch nicht durch die dröge, langweilige Grafik beeindrucken. Wenn der mal öffnet. Ist ähnlich wie gesagt wie Fatbanker. Dann schippert das richtig. Und die Freizeit wird ein bisschen teurer. Bei Fatbanker liegen die dort bei 30,60 Euro. Und hier ist das der andere Läger. Das ist ein bisschen billiger. Aber von dem Gewinn her kann man gleich erzielen. Also man kann die Bücher aus wie gesagt mit 20 Cent paar tausend Euro gewinnen. Habe ich schon gehabt. Oh. Schau mal auf den Schäuern, wenn man weg macht. Ja ansonsten wünsche ich euch euch, dass es noch ein paar Tausend Euro gewinnen. Auf viel Glück und einen stressvollen Tag noch. Und viel Spaß beim Zuschauen. Und bleibt natürlich gesund bei dem versüften Wetter draußen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Leute, was ist jeden Tag so ein Video? Kommt jetzt ein paar mal weg, die 200er weg. Ne. Dann war es mal wieder Leute. Und Ciao. Dann A. La fliegel. Vielen Dank.